Orange Flame, okay. Fire Aspect 5, Knockback 5. Noll. So, alles auf die Seite hier packen. Die Picks. Metal Rain und ein Yellow Saber. 35 Good Packs. 1 Legendary Pack, 10 Greater und 3 Episch. Okay. So, die Coins pack ich jetzt erstmal da vorne rein. Dann müssen wir das voll. So, was hat das denn hier? Metal Rain. Kimi, Eck, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Das Legendary, 50 Zinder, alter Schwede. Epic Back. Jawoll, dieses Dust, was man braucht. Eine Time Machine und eine MK4 Storage, okay. Oh, da ist irgendwas drauf, da ist irgendwas drauf. Wir müssen den Strom, ich muss den Strom da einmal anmachen. Ja? Wir gucken, was da drauf ist, ja. Ich sag nicht, dass er die auch irgendwie belegt hat. Ich will hoffen, dass er die gut belegt hat, hier schon die Reihenfolge nach. Okay, ist leer jetzt. Ja. Hm. Was ist drinne? Hm, naja. Ja. Und 32.000 Sticks. Jawoll. Die Nächsten. Okay. Nehmen wir noch die Tausend Sticks haben wir jetzt. Alter Falter, was für ne Scheiße, ey. So, weiter geht's. Das da rein, das da rein, das da rein. Und das da rein. So, 10 Reward Backs. Ein Samen, Backs. Egal, einfach erstmal. Okay, irgendwelche Barren. Ja. Mhm. Die du, glaub ich, aufgenommen hast. Elektrum Rüstung. Äh, ne Ender Lily Seed. Nö, ich hab nicht aufgenommen. Okay. Du hast ne Elektrum Chefbett gehabt. Ja. Einmal der Ingots. Äh. Hier so ein Scheiß Ender Lily Seed. Box ich da hinten gleich rein. Ja. Mann, 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 Mann. Ein Golden Egg. Vier Knock of Diamonds. 30 verschiedene Blöcke. Oh, äh. Ja. Ein bisschen ME Zeug. Ich... Achso, die Diamond Dinger, die können wir mal eben... Nehm ich mal eben raus. Die baue ich gleich zusammen. Ach ne, die schmeiß ich gleich. Äh. Soul Sand. Glas. Und Nox. Der uninteressant. 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 Ender. Coal. Uninteressant. Uninteressant. Ah, irgendeine komische Festplatte. Hier. Guck mal. Parcel 31 ist okay. Das ist einer der... Macher. Interessant. Jetzt setzt sie mal unten ein. Guck mal eben, was sie macht. Hä? Hast du die ins Ding reingetan, oder? Na nö. 30 Redstone. Erze. Twilizer. Jetzt hab ich noch 4 Packs. Oh, was hab ich Kupfer bekommen? Komm, okay. Naja. Ich will das mal... Ein Diamantenblock haben wir schon. Ja. Ach, hast du schon zusammen gemacht? Ja, wir haben trotzdem noch eins in den Teilen. Boah, hast du jetzt die Festplatten getan? War ich in einem Moment noch? Ja, gib mal bitte her. Furz. Oh, ja, du alter Loot. Weißt du, ich hab die gelootet und du? Wir haben eh keinen Strom. Ja, ich weiß. Warte. Ne, hab ich nie mit. Ist der 9. Und wieso hast du mir die hingeworfen? Selber Schuld. Selber Schuld? Zu dir auf wenes rein. Ich hab schon ein Schwert bereit. Ohhhh. Ein Mini-Me. Ein Mini-Me. Ein Mini-Me. Nicht. Da steht auch sein Name drauf. Ja. Müsst er eben ne Lasso holen, ne? Warte, warte, ich hol eben ne Lasso. Ach. Lass mir den erst mal hoch. Nein, lass doch, tu da wieder rein. Nein. Der will zum Kindergarten. Heiz Maul. Ja, dann, ich will da wieder rein, ne? Ist egal, wie ich da rein gehe jetzt. Hm. Ich nehm nochmal Mining Potion. Ne, so ein Lichtspeed Potion nehm ich definitiv nicht mit. Hehehehe. Obwohl, für Centos könnte ich den mitnehmen. Freut er sich doch. Torblekel. Weh, ist weiß. Und das Stromnetz. Musst du noch ein Stromnetz? Nö. Okay, mach ich aus. Okay, bin wieder. Mann, ich hab 35 Level. Was mach ich damit? Irgendwas verzaubern? Ich hab 29. Oh, meine Rüstung ist komplett kaputt. Ja. Hm, du hast die gleiche gehabt, ne? Ja. Willst du die mit deiner kombinieren, bevor du verzauberst? Weil du dann ein bisschen Schaden gehabt? Ja. Hier. Ich war da eigentlich drauf. Ach, ein bisschen Protection und so Quatsch. Dein Helm ist gleich ganz kaputt gegangen, ne? Ja. Ich nehm einfach die Flimflamme Rüstung. Ja. Kann ich hier einfach nochmal weiter verzaubern? Die ist bei mir schon im Marsch. Kann ich die verzaubern nochmal? Ne. Wohl, warte mal. Ich nehm einfach mal die Chessplate, meine Diamant Chessplate. Verzaubern die einfach mal. Das Block ist Locked. File Protection, Alter. Geh mir nicht auf ein Eierspiel, ganz ehrlich. So ein Scheiß. Das Block ist Blocked. Aber... Blast Protection 2, Unbreaking 2. Fire Protection 1, Unbreaking 2. Protection... Projektil Protection 3. Und auf dem Helm gar nichts. Da fahr ich keine EP mehr ab. Hehehe. Na ja, maaa... Ach, ich geh einfach los. Ist egal. Baut schon alle leer. Nehm schnell die XP noch wegbringen. Danke. Ich glaube Essen. Ach, hol ich dir meinen Eimer ab. Ach, mein Eimer, was hab ich da? Okay. Aha. Schnell mal Essen. Zack, danke. Da stehen die ganzen Kühe immer draußen. Was für Kackkühe. Hehehe. Ciao, Santos. Ne? Tschö. Ja, tschüss, ich weiß. Ach, du bist schon da unten. Auch geil, ich spring da runter. Komm in die Spinnen mit einmal. Hi. Bist auch durch die Löcher durch? Hi. Äh, YOLO? Was denn? Ich guck mal unten. Ich guck mal unten. Ich guck mal in die Tasche. Tiefer. Okay, hier sind massenweise Spinnen wie der Vorraum. Oh, ich seh schon auf der Karte. Oh, ich seh schon auf der Karte. Bist denn runter gegangen? Einfach durchs Loch. Einfach nach unten gegangen. Ich weiß jetzt, wie ich die Sparner kaputt krieg. Ganz einfach. Ja. Ich geh einfach von jedem Raum in die Mitte. Und mach einfach. Oh, hast du ernsthaft einen Block da? Mach mal eben den Block hier bitte weg, Centos hier. Ich hab keinen Block hingemacht, du Spacken. Mach den mal bitte weg. Behindert oder so? Ich mach das jetzt ganz einfach. Guck mal hier. Eins, zwei. Wasser runter. Eben kurz den Block setzen. Man weiß, wie die Mitte ist. Ungefähr. Aua. Ungefähr, ne? Ja. Alter. Jo, jetzt komm. Ciao, ich bin gleich tot. Hm. Das ist mieses. Du gehst runter. Trotzdem hauen die dich alle da raus. Ich bin erst mal eingeschränkt. Ja, wieso? Creeper. Okay. Das geile ist, hier ist aber nicht nur eins, Mann, ne? Ja, mal. Ich weiß. Hat er so'n Special machen, der geht mir aber schon leicht auf Eier. Alter, kannst du nicht mal sterben. Könnt ihr schon spinn mich mal am Arsch lecken? Leck, 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 okay. Wie wär's denn mit sterben heute oder so? Hä? Hast du nämlich den Schaden? Also nicht. Ah. Deine Minispinne. Aber hier greifen sich grad Spinnen und Wisser gegenseitig an. Bist du irgendwie weiter gegangen oder so? Bin unten. Weil ich jetzt wieder den Raum wechsel, ne? Mit dem Wasser, ne? Ja, heul doch. Was sag's noch? Und ich sag heul doch. Ich bin da tot. Erstmal.